Doch das Problem ist mein Diadem. Wie geh ich das nur an? Ich müsste jemanden fragen. Doch kann ich das ertragen? Vielleicht den Mann da vorn. Der mit dem großen Horn. Vielleicht kein Mensch. Vielleicht? Ich hoffe, er mag quentsch. Ich gebe ihm einen raus. Aus. Ich gebe ihm einen raus, als wenn er mal kippt. Hol er schon ein Goldstück raus. Und schaue ihn an. Und denke, oh Mann. Ich muss hier weg. Unfreundlich. Siehe da ein Fleck. Und sage und schreie, siehe da ein Fleck. Das lenkt ihn ab. Papala pap. Sag ich noch in sein blödes Gesicht. Da kriege ich Gicht. So scheiße sieht er aus. Nun muss ich aber wirklich raus. In die Freiheit. Das einzige Problem, meine Trunkenheit. Und so kippe ich um. Ach sei es, Trunken. Ich gepenn. Da höre ich jemanden draußen rennen. Muss wohl der Schutzmann sein. Ne, Schutzmann war es gar nicht. Wachmann. Da geht es schon los. Muss wohl der Wachmann sein. Suche schnell nach meinem Schein. Die Tasche ist leer. Er sagt zu mir. Sie gut daher. Nun kommen sie mal mit. Sie kommen mit. Interessante Händung. Mein Schwert ist glänzt. Ich fühle mich stark wie ein Hengst. Doch das Problem ist mein Diadem. Wie gehe ich das nur an? Ich muss jemanden fragen. Blöder Reim. Unreiner Reim sagt man ja auch. Doch kann ich das ertragen? Vielleicht den Mann dort vorn. Den mit dem großen Horn. Vielleicht kein Mensch. Ich hoffe er hat mal quennt. Ich gebe ihm einen aus. Hol schon mal mein Goldstück raus. Ich schaue ihn an. Oh Mann. Ich muss weg. Ich schreie. Ziehe da ein Fleck. Das lenkt ihn ab. Pappelappapp. Sag ich in sein blödes Gesicht. Da kriege ich Gäste. So scheiße sieht er aus. Nun muss ich wirklich raus. In die Freiheit. Einzige Problem. Meine Trunkenheit. So falle ich um. Ach sei es drum. Ich gebän. Da höre ich draußen jemand rennen. Muss der Wachmann sein. Schnell suche ich meinen Schein. Die Tasche ist leer. Der sagt zu mir. Sie guter Herr. Sie kommen mit. Ähm. Rufe ich schnell. Ich nehme noch ein Bit. Für die Zelle. Was für ein Spaßvogel. Auf den letzten Drücker. Ich fühle mich stark wie ein Hengst. Doch das Problem ist mein Diadem. Was könnte ich da denn machen? Ne. Mh. Oh scheiße. Jetzt fängt es an. Das Ende wird eingeläutet. Da muss man doch was machen. Wie gehe ich da nur ran? Ich müsste jemanden fragen. Stell ich das nur an. Stell ich das nur an? Ich müsste jemanden fragen. Doch könnte ich das ertragen. Vielleicht den Mann da vorn. Der mit dem großen Horn. Vielleicht kein Mensch. Ich hoffe der mag quentsch. Ich gebe ihm einen aus. Und tue schon mal ein Goldstück raus. Und schaue ihn an. Und denke. Oh Mann. Ich muss hier weg. Und schreie. Siehe da. Ein Fleck. Das lenkt ihn ab. Pappala Papp. Sag ich noch. In sein blödes Gesicht. Da kriege ich Kich. So scheiße sieht er aus. Nun muss ich aber wirklich raus. In die Freiheit. Das einzige Problem. Meine Trunkenheit. So kippe ich um. Und denke. Ach sei es drum. Ich gepenn. Da höre ich jemanden draußen rennen. Kann nur der Wachmann sein. Schnell suche ich meinen Schein. Die Tasche ist leer. Ah sie guter Herr. Ne. Er sagt. Der Wachmann sagt. Sie guter Herr. Sie kommen mit. Ich ruf. Noch ein Bit. Für die Zelle. Das sind sogenannte Reimblockaden. Die du da immer einbaust. Für die Zelle. Der Wachmann sagt. Ne. Für die Zelle. Der Wachmann sagt. Okay. Ich finde es helle. Sie sind wohl nicht ganz helle, sag ich ihm ins Gesicht. Bitte was? Okay. 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 Sie sind Sie sind wohl nicht ganz helle Nee Ich sage, Sie sind wohl Nee Was denn jetzt? A little bit confused Du bist schon da hinten, warte, ich komme Ich habe gerade die Brücke überquert Also der Barkeeper sagt das zu mir, oder? Das ist noch nicht festgeregt Ach so Also kommt einfach nur, Sie sind wohl nicht ganz helle Ach nee Ich habe ja gesagt, sage ich ihm sein Gesicht Warum? Oder sage ich ihm ins Gesicht Okay Sie sind wohl nicht ganz hell Sag ich ihm ins Gesicht Deine Nase Sie gleich bricht Sag ich schon mal Mein Schwert, das glänzt Oh, ich habe den Lidetyp an der Bange Oh, ich habe den Lidetyp an der Bange